Hey, hey Leute, wie geht's, wie steht's? Hier ist der Yoshi Gamer und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Special-Game-Round. Und wir spielen in dieser Special-Game-Round. Hier geht es, Toy Story Simulator 2013. Ja, und daher, Leute, würde ich selber auch starten wieder einfach mal. Ich hab's über 1. 1,99€ gekauft, oder 1, knappe 2€ und kaufen. Schau mal mal, wie es ist. Die Steuerung ist recht kompensiv. Left-Mouse-Button-Control. Okay. Okay. Dann können wir sagen, packen. Boah, das ist kompliziert. Okay. Also, ich kann damit die einzelnen Finger bewegen. Nee, mal gucken mal. Dann machen wir das. Deutsch. Da. Ich geh'n zurück. Deutsch. Ich geh'n zurück. Nein. Ich geh'n zurück. Ich geh'n zurück. ach muss er einschieben oh verdammt nein nicht gott kann man den Daumen irgendwie auch bewegen damit kann man den bewegen 1, 2, 3 1, 2, 3 ok nein oh ich bin so weit jetzt hätte ich sie halt umgeheben ah ok ach so einfach tutorial also A A B A B A A ok ok also ich muss noch kurz gucken wie es geht so also also man muss das so machen das ist total kompliziert Ach, da ist es doch. Da, haupt mir. Operationen. So, also, unser erster Patient ist Bob. Ähm, persönlicher Rekord, unverständlich. Herztransplantation, bla, fast bereit. Noch nicht da. Gut, fangen wir an, Leute. Wir geben uns mal unser bestes Umstand. So, führe eine Herztransplantation durch. So, wir haben oben rechts die Blutwerte und die Verlustrate. Da oben links steht die Zeit. Ähm, okay. Wahrscheinlich müssen wir das erstmal wegnehmen hier, ne? So. Ähm. Alter, die Steuerung ist voll kompliziert, Leute. So, wir nehmen das weg. Ja, sag. Das will nicht ganz. Okay, nochmal. Oh, wunderbar. Warte. Ähm. Ich will das nehmen. Nehmen das, Junge. Äh, ist voll kompliziert. So. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung, meine Herren. So, wir müssen erstmal irgendwie das da wegkriegen. Das hier. So. Äh, wenn ihr mal den Hammer... Ich hab ein ganz böses Gefühl dabei. Oh, ich hab eine Uhr verloren. Oh, scheiße. Ähm. Ich schmeiß ihn mal in die Richtung her. Er wird sich stöhnen. So, bis sie da. Verpässt, ey. Ein Arzt muss ja ran. Okay. Okay. Neu. 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 Okay. Äh, warte. Warte, warte, warte. Ich will nicht verlieren. Nein, wir haben wir nicht verlieren. Komm her. Komm her. Wir haben es vor uns. Nein, da haben wir es weg. Okay. Wir müssen noch etwas machen. Äh, meine. Der Präsent stirbt uns doch. Ähm. Okay. Da haben wir es schon mal weg. Ich finde es gut. Warte, da haben wir es. Ganz vorsichtig. Warte. Warte. Äh. Ja, das darfst du. Knochen. Okay, das darfst du. Wir müssen nur vorsichtig sich. Knochen durchsengen. Steuerung ist voll. Am Arsch. Aber egal. Ich finde es so in Regeln. Knochen. So. Ja, ist das schon mal kurz? Da haben es fast. Zeit. Verpasst du, du Scheiße. ... Ah. Ah! Gut, gut, jetzt ist es da vorne, da ungefähr, so. Ja, das ist ein richtiger Schirurg, Leute! Oh ja! So, jetzt bin ich immer kurz vorsichtig. Da hin, das ist nicht noch klar, aber egal. So, jetzt müssen wir vorsichtig. Nehmen wir kurz die Hand vorsichtig. So. Jetzt müssen wir gar nicht vorsichtig. Das Ding rausnehmen. So. Entfernen wir kurz alles. Sauber, ja. Wir müssen irgendwie an das Herz rankommen. Was soll ich da machen? Ich bin der Meister. Nein. Äh, wir werden so, ähm, konzentrieren, Leute. Bob, zählt auf uns. Er stirbt uns, wir müssen fein. Ähm. Was soll ich damit machen? Soll ich mir da mit dem Bohrer ran was? Okay. Ich versuch mal was. Ähm. Entschuldigung. Ich bin voll vom Arsch. Ich kann in den Bohrer nicht richtig. Warte, so geht das. So, jetzt bin ich eigentlich so. Verdammt. Ich bin in den Bohrer halten. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, also. Obst jeder Hund? Ich bin hin. Tod, nee. Oh ja. Oh. Muiss! Oh Gott. Gott, liegt! Ich muss da irgendwie rankommen, oder? Irgendwie will das nicht werden. Ich muss irgendwie da ins Herz rankommen. Was haben wir denn hier noch? Wie eine Spritze. Ähhh, das sind die gute Erwärtigen Hunde. Schwester, ich brauche eine Knochen-Säge. Obwohl das noch keinen Sinn. So, jetzt wird gesägt. Obwohl das jetzt was... Oh my God. Oh my God. Muss ich irgendwie das Ding ein bisschen drehen? Anders. Nein. Ah, nein. Halsch! Halsch! Nein. Nein. Nein, der rutscht doch nicht runter. Da brauchen wir ihn noch. Ne, wenn wir das schon gehen. Wir heben das auf. Ne. Ich krieg das hier nicht zu packen. So, jetzt. Wir hauen jetzt einfach auf mit der Säge. Ja, das ist total erschossen. Ja. Äh. Das sieht so spaßlich aus. Ups. Entschuldigung. Geiß raus, die Scheiße. Verdammt. Die Knochen sind immer noch im Weg. Da habe ich das Gefühl. Oh, die Westfälle gehen runter. Wir haben es doch fast. Ja. Nochmal. Ah. Blöde. Warte. Wir nehmen erstmal die Leber raus, ja. Komm her, du Leber. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Das Ding zu packen. Ah, wir haben es doch fast gar nicht. Komm her. Okay, das haben wir schon mal draußen. Wir haben es fast. Okay. Komm raus, du Brüder, scheiße. Wir haben es doch fast nicht. Ja, diese scheiße Knochen. Ja. Na, das ist der Wett. Braucht keiner. Unnötig. Okay. Ähm. Das ist herz. Wir haben es fast geschafft, Leute. Ähm. Glaub ich zumindest. Warte. Erstmal die Hand ein bisschen überdrehen. So. Das ist irgendwie geil. Wie macht das total Spaß gerade. Ja, mein Traum. Endlich. Chirurg-Trail hat sich doch gefüllt. Yay. Okay. Okay. Blöde. Ah. Okay. Ob es ist Verwaltung. Warte, da, da. 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 Was ist denn nicht? Wie gut das versteht. Okay. Blutwege sind nach 1400 life. Okay. Ähm, ich muss das tun. Das Herz wird raus. Kann man bei der Betäubung machen? Tja, wir nehmen mal kurz die Betäubung. Ähm. Ist ganz vorsichtig. Nein. Spritze im Herz ist nicht so gut. Okay, die Merse werde ich runter. Ich muss mich beeilen, Leute. Wow. Was haben wir getan? Wenn ich fangen darf. Alter, was ist das? Wir sind voller Quäcke. Boah, ich kann nichts sehen. Was ist das? Ich habe mich selber erwischt mit der Spritze oder was? Oh nein. 900. Das sieht nicht gut aus. Bob stirbt. Halt durch, Bob. Ich lasse keinen meiner Patienten sterben. Nicht so lange ich Dr. Yoshi-Gamer bin. Wenn das mal auffallen würde. Jetzt müssen wir kurz gucken. Ich glaube da ist das neue Herze. Da war schon richtig drauf. Das ist das neue Herz. Okay. Wir müssen also. Irgendwie das Herz entfernen. Und. Dabei. Irgendwie. Die Operation dauert zwar nicht länger. Aber. Irgendwie. Auch egal. Hauptsache. Der Perzett trifft das. Und. Man hört sich länger auf. Wer nicht fragen darf. So. Das andere Spitzel. Ich muss ihn mal um. Ah. Wir haben Fehler gemacht. Wir haben große Fehler gemacht. Ah. Leute. Ich glaube doch. Stimmt das. Nein. Es hängen beide. Ah. Nein. Bob. Nein. Stirb uns nicht. 100. Ach. Was. Was. Komm her. Nimm das Herz. Oh. P. Fehl gestanden ist. Dabei. Dabei ist alles so gut gelaufen. Brutaler Mord geschafft. In gerade mal 12 Minuten. Nur 17. Alter. Nein. Nein. Jetzt versuchen wir es nochmal. Okay. Wir haben noch ein bisschen. Kann noch sein. Das stört überhaupt nicht. Wenn die Special Game World mehr ein bisschen länger wird. So. Jetzt müssen wir eigentlich. Bisschen. Dass wir gut damit umgehen können. So. Also. Äh. So. Wo ist unsere Hand? Genau. Ne. Weil das muss weg. Ja. Verdammt. Verdammt. Lass dich nicht wegziehen. Das Ding ist. So. Okay. Gut wird es noch für normal. Hat'n. So. Warte. Ne. Das tuch. Fuckss, situation. Ne hil цвет es sich nicht. Der errado sich500. So. Ok. Jetzt los leus. Damit haben wir ja tiếng. Weine halt so bord. Ich. now. Boah. Das weg. Jetzt geht's los. Ok. So geht's los. Ne, das geht's nicht. Ich hau zwar mit der total falschen Seite zu, aber egal. Das sind wir nicht. Ups, dann. Jetzt muss ich dich nach vorne. So, das ist da so ein bisschen. So. Okay, Schwester. Wie gut wäre das noch gleich normal? Äh, äh. Genau. Da haben wir an sich an. Oh, das ist da. Oh, okay. Jetzt sind wir ja klar, das raus hier. Äh, ich kann nicht so sagen, aber egal. Komm. Awesome. Ah, ziehen. Komm, wir müssen rausziehen. Ah, wir haben es. Ja, wir haben es. Ja. Ja, dann. Nein, nein. Nein, die Uhr. Aber einfach. Meine Uhr ist reingefallen. Verdammt. Okay, wir brauchen den Hammer noch mal. Wir müssen noch ein bisschen lockern. Scheiße. Steuerung ist echt kacke. Okay, fest, 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 fest. Ach, ich hab's schon fast. Oh, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Okay, nochmal. Ich fühl's nicht ordentlich gepackt, aber jetzt hab ich's. Ja, jetzt hab ich's. Reißen einfach ein bisschen dran. So, jetzt klafft ich schon. Weg damit. So, tut mir leid. Das braucht sowieso niemand. Das ist total unnötig, sowas. So. Können wir das auch noch rausreißen, hier? Dass wir das nicht. Ich glaub, das pinke Ding ist da drin, muss auch nochmal weg. Oder wollen wir haben wir nochmal? So. Ich weiß ja nicht, wie wir das Herz daraus bekommen sollen. Dann brauchen wir dafür die Säge, das kann jetzt nicht sein. Nein! Die Säge, komm her. Nein, das kann ich nicht sein. Die Säge will ich. Keine Ahnung, was sollen wir machen? Oh mein Gott, mir verliert Lohr, tut mir das schnell. Das ist mal anders. Oh, ich kenne das Ding nicht auch. So. Nein, fast! Es ist drin! Es ist drin! Das Herz ist drin! Das Herz ist drin! So! Jetzt kostet das Herz! Was sollen wir denn machen? Ich versteh's nicht! Ich versteh's nicht, Leute. Ich hab keine Ahnung, was wir da machen wollen. Ich hab keine Ahnung, ich versteh's nicht. Ich hab keine Ahnung. Oh Mann, ich will nicht, dass Bob stirbt! Bob, nein! Du darfst die Sterne! Tschüss, komm! Ja! Herz ist rein! Das Herz ist rein! Das Herz ist rein! Was willst du? Das Herz ist rein! Friss es doch! Na, das war's, Leute. Ne, ich versteh's nicht. Einen langen Blick, Leute. Einen langen Blick, Entschuldigung. So, Entschuldigt, da bin ich wieder. Ja, okay, wir haben es nicht geschafft, Bob zu retten. Äh, wir haben Bob noch vor uns. Ja, aber damit beendet ich diese Special Gamer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand's auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und ich muss sagen, ich bin sehr überzeugt von dem Spiel. Wenn ich noch mehr Assault Simulator machen soll, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und gebt mir einen Daumen nach oben. Und bitte einen Daumen nach oben für Bob, denn... Wir werden das nächste Mal bei Assault Simulator... Oh mein Gott! Verpasst dich! Scheiße, ne von Art! Okay, Leute. Ja, ne, ich würd sagen, wir sehen das nächste Mal bei Assault Simulator. Scheiße, ich hab das ja! So ein Kack hier, brauche ich alles nicht! Und direkt hier! Oder hier, meine Fresse, ich mach mal ein... Ich hab das schmissen sauber hier. So, komm her! Warte, komm her, komm her, komm her! Stifter! Okay! Ne, Leute! Aber ernsthaft jetzt! Wir sehen uns vielleicht schon bald das nächste Mal bei Assault Simulator 2013! Euer Yoshi-Gamer! Haut rein! Ciao, ciao! Yoshi!